Ich habe jede Sprache in deinem Kopf genommen. Es gab nämlich einen heftigen Krieg zwischen dem Jedi-Orden und dem damaligen großen Sith-Imperium, aber anders als zur Zeit des Galaktischen Imperiums von Chief Palpatine gab es zur Zeit der Sith-Kriege beinahe so viele Sith wie Jedi, also quasi hunderte machtgierige Krieger auf einem Haufen. Viele von ihnen wollten selbst die Herrschaft an sich reißen und den damaligen Sith-Imperator Vakorian stürzen. Jedoch gab es drei Sith, die erkannten, dass Teambuilding ebenfalls eine sehr große Rolle für siegreiche Schlachten spielen kann. Der erste dieser drei Sith und oberste Anführerin des Triumvirats war Darth Trier, eine Sith-Dame, die zur Zeit der mandaloyalischen Kriege, des Jedi- und des Sith-Bürgerkriegs lebte. Trier wuchs ursprünglich im Jedi-Orden unter dem Namen Cryer auf und erreichte dank ihrer beeindruckenden Fähigkeiten schnell den Rang einer Jedi-Meisterin. Nachdem sie ihrem ehemaligen Schüler Rewan in den Krieg gegen die Mandalorianer gefolgt war, fand sie auf dem Planeten Malachor V eine verlassene Sith-Akademie vor und verfiel dort der dunklen Seite der Macht. Als Darth Revan sein eigenes Sith-Imperium zerstörte, übernahm Trier die Führung über die verbliebenen Anhänger und führte mit ihren beiden Lehrlingen Darth Sion und Darth Nihilus einen neuen Krieg gegen die Republik und die Jedi. Allerdings wurde sie, Sith-typisch, von ihren beiden Schülern verraten, was zur Folge hatte, dass sie grausige Rache üben wollte. So benutzte sie die verbannte Jedi Maetra Zurik, um Nihilus und Sion auszulöschen, was jedoch auch zu Trias eigener Vernichtung führte, da Zurik ironischerweise auch sie tötete. Neben Darth Revan ist Darth Nihilus der vermutlich beliebteste und bekannteste Sith-Lord aus Knights of the Old Republic. Nihilus war ein menschlicher Sith, der über eine einzigartige Machtfähigkeit verfügte. Er war in der Lage, die Macht aus allen Wesen oder Gegenständen auszusaugen, was dazu führte, dass er nicht nur organische Lebewesen, sondern auch ganze Planeten ihrer Kraft berauben oder zerstören konnte. Anders als die meisten Sith sprach Nihilus eine uralte Sprache. Da diese Sith-Sprache längst in Vergessenheit geraten war, konnten andere Machtnutzer mit ihm nur per Gedankenübertragung kommunizieren. Da Nihilus wegen seinem stetigen Machthunger eine endlos wirkende Spur der Verwüstung durch die Galaxis zog, galt er zu Recht als einer der gefährlichsten, gefürtetsten und stärksten Machtnutzern aller Zeiten. Das letzte Mitglied von diesem Todestrio war Darth Sion. Auch dieser menschliche Sith hatte ähnlich wie Nihilus ein wirklich erstaunliches Merkmal. Sions Körper war durch zahlreiche Knochenbrüche und Narben gezeichnet. Das Besondere daran, jedes Lebewesen mit ähnlichen Körperbau würde bei diesen Verletzungen dem Tode liegen, aber Sion nutzte seinen puren Hass und seine eiserne Willenskraft, um den Körper regelrecht zusammenzuhalten. Sions Ziel war es mächtiger zu werden als Rewan, weshalb er neben Nihilus zu Trias zweiten Lehrling wurde. Doch auch dieser unsterblich wirkende Sith fand ein verhältnismäßig friedliches Ende. Trias Schülerin Surik konnte Sions dunklen Willen brechen, woraufhin sich der Körper des Sith auflöste. Wie bei Imperator Palpatins Imperium war auch das Sith-Dium-Firat nichts für die Ewigkeit. Aber wir können uns gerne mal unten in die Kommentare schreiben, hättet ihr Bock drauf, diese Gruppierung bzw. diese Allianz bestehend aus Darth Trier, Darth Nihilus und Darth Sion in zukünftigen Star Wars Projekten vielleicht mal zu sehen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video allgemein. Da wird sagt Servus, wünsche euch noch einen schönen schönen Abend, macht's gut und bis dann! Schrei 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 Schrei